dann geht es weiter mit dem siebzehnten Teil ich hatte jetzt immer noch nicht fertig mit dem Bau von der Slime Farm, weil ich immer noch auf die Kürbisse warte da bin ich ja unter Wasser drangegangen guck mal ob hier vielleicht schon ein Slime hier vorne ist noch Spawn-Tinix ne das gibt keine Slime das klang mit ähnlichen Slime aber das haben Zombie-Geräusche die machen so Slime-ähnliche Geräusche die kann man gleich verwechseln ich weiß nicht, ob jetzt gerade dieser eine Slime-Chunk ist die ich hier herausgefunden habe da habe ich vielleicht was wegzuschmeißen eher nicht ich könnte erstmal aus den Weizen, die ich hier wieder gewonnen habe ich habe jetzt hier ein paar Brote verbraucht ich würde jetzt mal wieder ein paar Brote machen einer bleibt übrig, jetzt habe ich 53 Brote ich brauche eigentlich nur eine Holzart ich will eigentlich nur eine Holzart ich will ein Inventar nicht voll lösen hier würde ich mal also ich würde das nicht nennen Holzwerkzeuge sondern kleinig Holzwerkzeug hier diese Erde hier habe ich das Holzschwert auch wieder aufgenommen wahrscheinlich Holz und Holzwerkzeuge jetzt mal ist doch wieder drinnen das war ja immer noch drin das heute hier so also nicht packen kann so die drei verschiedenen holzarten dirkenholz könnte auch noch rein oder ich packe ihn mal da hin dirkenholz habe ich noch schwarz eichenholz das nehme ich natürlich mit die holle muss ich so weit die öfen wieder nachfeuern die kohle langsam ausgeht da oben kohle rein mal alle auf den 60 aufgefüllt haben ja alle auf den 60 ich kann doch das gold wieder mitnehmen das eisen mitnehmen hier ist nix und hier ist auch nix das eisen brauche ich gerade nicht ich nehme das gold allerdings raus weil ich nämlich ja das ganze goldblöcke machen möchte deswegen sind ja auch so viele goldwaren drin jetzt erstmal ist das der inventar voll ich muss das ja alles rausholen und dadurch goldblöcke kraft ganz schön viel gold was es verschlingen wird ich bin jetzt mal ganz schön viele gold auch weg wir kriegen nämlich gerade mal 64 goldblöcke raus so eine halb halb sieht man auch wie man rüstungsteile kraftet so noch ein halb steck raus zack 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 und zack und drei bleiben überall übrig zwei bleiben überall übrig und das reicht nicht mehr das reicht für gerade mal ein steck unter 47 goldblöcke jetzt mal noch weiter ebene bauen Hier kommen natürlich wieder Glasscheiben rein. Das ist der letzte Deck da. Glasscheiben sollte ich jetzt wieder nehmen. Die sind hier noch unten in der Truhe bestimmt. Sind die hier drinnen? Noch nicht. Hier sind die drinnen. 42 Stück. Und dann haben die diesen Glasen hier noch mit. Mit Cola hab ich auch 9 Stück. So erstmal muss ich erstmal. Auf dem Glas mach ich da erstmal komplett Glasspaint. Oder so. Oder ich mach das mal so. Und noch einer. Und das muss erstmal reichen. Habe ich 64 und 16. Und dann nochmal 10. Dann sind das 20. Und dann noch ein 64er Deck voll. Dann rufen sie jetzt, du Scheiben raus. Und du vegetal ele gezien. ушig ist ganz klar. Auf dem Geld ist das. Der Bombe. Und das ist in der Fuhrman. Ich beginne. Ich gebe disappointing. wenn ich die anstrengung kolzen jetzt schon in der nacht ständig nach aus ich hab so viel glas, dann macht das nix. Ich bin jetzt ein Block nach innen. Und die Spitze verbruch ich jetzt wieder. Na, der ist verbaut. Eine Spitze aus Goldblöcken. Ich muss hier noch mehr Gold holen. Dann reichen wir noch, lenken wir hier wieder. Ich hab... Also, weiter. Ich hab... Ich hab zum Goldblöcken. Ich hab jetzt hier mehr Goldblöcken getan. Ja. Jo. Ich bin 6.5.5.5. Ich hab jetzt noch mehr Goldblöcken. Wir find' jetzt auch schon der Monster-Respawne, damals ist die Nacht wieder das ein Zombie. Und es fein hier nicht aus, dass Goldblöcken. Und das ist was, wo sowieso noch viel mehr läuft. Wir machen jetzt noch ein rotes Rahmen. So, ohne schlagend zu bekommen. Eine Fackel, die noch haben wir noch recht. Ich habe keine Fackeln mehr. Wir machen jetzt so noch das Dix und also noch 2-3-4 Fackeln. Das sieht nicht ganz so schön aus. Ich dachte, das ist so einfach mal mit Spitzen zu laufen über eine Pyramide. Und dann kann man das bauen. Und hier auch Fackeln. Hier rein. Wir müssen noch weiter Gold farmen. Wir müssen uns mal... Das hat ja auch dieses riesig große Gold farmen. Das hat ja immer noch in Pferde ausgedraben. Und hier einfach mal weiter machen. Das hat ja so viel Gold farmen. Und das hat ja noch nicht ausgereicht da. Dach fertig zu bauen. Das würde ein Gold-Flock-Pyramide noch viel länger dauern. Die hatten schon 100. Die hatten schon 100. Die hatten schon mal bekommen. Die werden natürlich verlinkt. Und jetzt an der Stelle. Ich lass' ich die Gold-Flock-Pyramide fertig haben. Ich hab' natürlich jetzt nur längst nicht da. Weil mein Gold jetzt ja schon wieder zur Neige gegangen ist. Ich brauche neun Stacks an Gold, um ein Stack an Blöcken herzustellen. Das ist sinnvoll für die Lagerung, aber nicht für sich bauen. Da werden natürlich die Gold-Erzblöcke. Gold-Bahn-Sicher keine Blöcke, dafür gibt es items. Einfach wieder weiter das Gold abtragen. Und so weit nach oben hier. Das ist aber auch riesige Vorkommen, die ich da eingestellt habe. Ich habe mir so 20-30 Minuten zum Abbauen beansprucht. Jetzt müssen wir weiter nach oben. Jetzt müssen wir das hier von weiter oben abgraben. Da vorne ist ein Gang, der mich zu einer Höhle führt. Ich wollte da ursprünglich einen Slimes-Farm, aber ich bin da... oder Diamanten-Farm. Das war nur mein Erdbe. Aber ich habe da jetzt ein anderes Konzept drauf gemacht. Da gibt es so viel Gold rum. Da gibt es so viel Gold rum. So riesig habe ich die eingestellt. Aber es war auch schon mal ein Gold vorkommen, wo nur zwei Blöcke waren. Ich sollte hier kein Monster spawnen, das ist nur ein Hackel rein. Und weiter hier gleichlich Gold abbauen. Was natürlich für euch nicht so spannend ist. Aber es wird wahrscheinlich was Schönes rauskommen auf dem Goldrausch. Es sind auch schön viele Booster-Schienen, weil wir nämlich auch riesig lange Schienenstrecken damit bauen. Jetzt hier im Survival-Modus. Das ist ja normal. Beim normalen Erdbeerkommen ist das halt nicht möglich. Aber mein maximal eingestellt geht ja ab. So viel Gold. Hört einfach wenig auf, Gold zu existieren. Bei fünf Stacks gehe ich jetzt auf. Ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier Stacks. Noch ein Stack und dann habe ich schon... Dann kann ich wieder diese fünf Öfen befeuern mit Gold. Ich möchte ein bisschen wirklich genau bei diesen Stacks rausgehen. Ich werde aber wahrscheinlich nur noch mit dem Gold übrig bleiben. Ich hätte hier schon mal sieben Stacks hier an Gold. Aber dann sind jetzt schon noch weitere fünf Stacks. Also hier ist wirklich Gold-Reichtum. Der Gold-Such findet es hier. Bei Let's-Play-Minecraft-Kraft immer ein. Wo man die erste Einstellung noch maximal gestellt hat. Hier sieht man noch ein bisschen Gold rum. Ja, hier liegt noch mal so rum. Ein bisschen Redstone. Einfünfzig. Dafür noch 13. 12. Und jetzt sind es noch 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 3. 3. 1. Und... Keine mehr. Ah, einer zu viel. Du Ability ist auch nicht mehr viel. Auch nur eine 6. Dann brauche ich die 6 auch mal aufbrauchen. 2. 1. 4. 5. 6. Bei 0. Aber dann ist das schon mal eine dritte Dia-Spitzacke, die ich hier verbraucht habe. Also ich bin hier ziemlich viel am Spitzacken verbrauchen. Das ist eigentlich das Größte, was ich hier im Minecraft-Lab-Play mache. 5. 5. 6. Gold. 5. 6. 6. Gold. Gold sind hier am Brennen. Hoho. Das dauert natürlich jetzt nur ein 5-Düssel lang, weil die 5 Öfen dann gleichzeitig... das ist wichtig. Einige Öfen... Ey, ich will ja auch noch nicht schlafen. Dann werden natürlich hier alle 2 Sekunden durchschnittlich ein Gold produziert. Wir bauen natürlich auch einiges ein Gold und da oben wieder zubauen zu können. Es ist schon wieder nachmittags. Und wir sind die Kürbiskerne gekommen. Ob das jetzt hier wird... Ah, der Block, der stört dann noch. Ich muss jetzt noch eine Diamantenspie-Zacke wiederholen. Dieser Viererbaum soll nicht gelackten. Und Kürbisse sind die ersten da. Der erste Kürbis und das ist auch einer. Dann muss noch ein Bogen wieder beackern. Und jetzt erstmal wieder Kürbiskerne schlafen. Zack, 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 zack. Und ich warte jetzt noch an einem Wald von Kürbis. Wo ich dann wieder acht habe. Und... Und dann auch so was kann. Und hier ist auch beackert. Hier wachsen die Kürbissen. So, was jetzt rein? Die könnte ich jetzt auch nochmal wieder abernten. Dann ist die Samen. Und auf jeden Fall kriege ich da den Hüpfung. Was kommt hier wieder auf? Das ist so. Als ich den ersten 3-4 Grad richtig... Verhungern musste. Und dann eine ganze Weile mit einem halben Herz schmieren musste. Das war natürlich ganz schön hart. Auch wenn das tagsüber war. Das ist immer eins fertig. Das ist schon wieder eins fertig. Okay. So, und jetzt dauert. Jetzt ist er nach oben. Da hätte ich jetzt leider ganz kurz schackeln, ja. Ich würde jetzt wieder einen neuen machen. Ich würde jetzt wieder einen neuen machen. Das sind zu viele Samen. Der Raum reicht hier gar nicht mehr aus. 13 Samen über. Pack hier ein bisschen rein. Die 3-10. Wo sind die da? Kürbiskerne habe ich ja 4. Ich will aber jetzt 8 da. Aber ich muss erst mal dringend eine neue Spitzhacke machen. Weil die ja schon wieder ausgegangen ist. Soll ich Diamanten... Nein, habe ich nicht. Ich brauche jetzt erstmal 3 Diamanten. Ich könnte ja über einen Stack an Diamantplatten herstellen. Gold ist hier am Arbeiten. Jetzt mal wieder Spitzhacken machen. Jetzt könnten wir noch viel Werkzeug machen. Spitzhacken. Ich habe aber natürlich noch Gold, Erz und Eisen, Erz packen. Und das Gold habe ich jetzt hier. Da habe ich ja alles rausgeräumt, das Gold. Dann pack ich erstmal hier nur das Gold, Erz rein. Und die 8 Gold waren da. Hier ist das ganze Eisen. Und jetzt habe ich hier noch das Glas, das ich auch nicht im Moment verbrauche. Das Glas brauche ich nicht mehr. Die Webstone brauche ich auch nicht mehr. Die 8 Kobbelts können wir auch reißen. Also Kobbelts können wir auch wieder welche anreißen. Da sind normale Steine. Also die lasse ich hier drin. Und Webstone habe ich auch schon wieder ordentlich was. Und jetzt hier vielleicht ein kleines Brawn. Warte ich auch schon weiterweilen. Immer noch keiner. Ja. Aber diese 78 Levels kann ich immer noch nicht effizient einsetzen. Da ich sonst einfach nur Verzauberungsgärte eins kriege. Dann werden solche ungenutzten Werkzeuge, die wollten wir am besten verzaubern. Und dann wird natürlich Unwaken, also Haltbarkeit. Dann wird beim Duability nicht immer ein werden abgezogen. Und man sieht hier dann Duability von 1.1970. Da wird dann, wenn man solche Holzwerk abbaut, dann nicht ablinken. Erstmal erschlafen und damit euch verabschieden von dem Tag. Liken für zu mehr Resonanz und Lust, dass ich weitermache. Teilen, dann wird es bekannter. Und bei Abonnieren wird hier weitere Videos hingesehen. Bis dann und Ciao.